Mein Name ist Karl-Heinz Breitschwert und ich bin Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Breitschwert. Ich darf Sie ganz ganz herzlich in unserem Service Center der Firma begrüßen. Ich darf Ihnen hierzu ein paar Eckdaten unserer Firmengruppe geben. Wir reparieren pro Tag etwa 100 Fahrzeuge und beschäftigen knapp 160 Mitarbeiter. Selbstverständlich sind wir auch 24 Stunden für unsere Kunden da. Ich darf Ihnen viel Vergnügen wünschen auf dem virtuellen Rundgang in unserem Autohaus.